Ja Freunde, herzlich willkommen heute zur letzten Mod-Vorstellung und das ist eher ein Tool als ein eigenständiger Mod. Und zwar handelt es sich um einen Mod, der die Heckhydraulik und Fronthydraulik anheben lässt. Der Mod ist vom Ifconator, gibt es jetzt in der Version 3.51. Ich habe diesen Mod, glaube ich, noch nie wirklich beachtet. In der neuesten Version insgesamt hat er jetzt schon 22.000 Downloads, das ist ordentlich. Und ja, das was er kann, ist eigentlich richtig super und das macht er auch super, deswegen stelle ich euch den heute vor. Ja, es gibt hier auch keinerlei Lockfehler oder sonstiges durch diesen Mod. Das ist eine XML, die im Prinzip als ZIP verpackt ist, die heißt ZZZ Setback Linkage. Linkage ist im Prinzip die Heckhydraulik und also Backlinkage ist die Heckhydraulik und diese ZIP-Datei einfach in den Mod-Ordner rein, schon funktioniert er. Ja, Freunde, hier diese Heckhydraulik kann man senken, wie es im Real Life halt auch so ist. Wenn man hier zum Beispiel so ein Güllefass dran hat, wäre es fast geschickter, manchmal die Fronthydraulik auszubauen. Wenn man eben starke Kurvenfahrten hat und so weiter, ist ja irgendwo dann die Heckhydraulik im Weg. Die kann man hier komplett demontieren, abbauen, wenn man per Kugelkopf ein Gerät anhängt, also einen Anhänger anhängt, wie das hier beim Borsini der Fall ist. Und eben dann auch die Zapfälle damit verbinden. Schauen wir uns das mal im Warrior an. Der Warrior ist jetzt noch aus. Den könnten wir eigentlich auch auslasten. Wir lassen ihn trotzdem mal an, bis den Motor-Sound schadet nicht. Steuerung links und X und Y sind die magischen Tasten, die auch hier im Kontextmenü, im Infomenü angezeigt werden. Steuerung links und X. Und die Fronthydraulik klappt nach unten und nach oben. Das funktioniert hier schon mal super. Es sei gesagt, es kann sein, dass es nicht bei jedem Traktor funktioniert, weil nicht bei jedem Traktor die Front- oder Heckhydraulik einen einzelnen Wert hat, beziehungsweise getrennt ist vom Traktor. Und wenn das nicht der Fall ist, geht es eben auch nicht. So viel sei schon mal dazu gesagt. Das heißt, es kann sein, dass es bei einigen nicht geht. Und das ist dann einfach nicht, dass ihr was falsch gemacht habt, sondern es geht einfach nicht. Liegt am Fahrzeug dann. Ja, das funktioniert, wie gesagt, hier einwandfrei. Natürlich klappt er hier nicht ganz nach oben. Dafür müssen wir dann doch nochmal den Front-Kraft-Heber richtig einklappen. Aber selbst hier sieht man jetzt nochmal, welche Funktion er hat. Hier hinten, da helfen dann eben auch die Hubzylinder. Stellt sich die Fronthydraulik hoch und niedriger. Und das, was vorne noch ist, ist im Prinzip nur dieser letzte Arm. Der lässt sich nochmal hier durch die Funktion innerhalb des Traktors einklappen. Ja, und beim Heck ist es dasselbe. Mit der Taste Steuerung und Y lässt sich die Heckhydraulik heben. Und das finde ich ja wirklich mal genial. Es ist ja öfters, wenn ihr das kennt, dass ein Traktor einfach mal so eine leere Fahrt irgendwo auf der Straße macht, ist meistens die Heckhydraulik ganz unten. Das kennt man einfach so vom Zuschauen. Ja, und natürlich ist es sinnvoll, wenn man hier irgendwas dran hat, dass man die dann hochfährt, weil sie nicht so stark im Weg ist und weil sie nicht so stark raushängt. Aber wie gesagt, die kann auch trotzdem hier genug stören. Und deswegen kann man sie eben abbauen. Das Ganze einfach mal ausprobieren. Hier an den Bosini ran. Jetzt Q drücken und dann seht ihr auch schon, noch ist die Fronthydraulik dran. Was schön ist, auch hier verbinden sich zum Beispiel die Schläuche, die Hydraulikschläuche. Und wir gehen jetzt mal rein und schauen uns das jetzt an, wenn wir die, ja, die Zapfwelle anschalten oder die Zapfwelle hier, ja, festmachen. Dann verschwindet das Zugmaul und die komplette Heckhydraulik. Sieht richtig leer aus auf einmal, aber wie gesagt, es ist nichts mehr im Wege. Gut, wenn die Fronthydraulik hier oben ist, wir können jetzt nochmal einsteigen und mit der Taste Steuerung und... Und, gut, geht gerade nicht. Steuerung und Y die Heckhydraulik senken. Und wenn wir uns nochmal ankuppeln, dann geht die Fronthydraulik also automatisch nach oben. So viel sei schon mal gesagt. Die Zapfwelle dreht sich hier auch ganz leicht. Und wenn wir hier, wie gesagt, nochmal J drücken, dann ist die Heckhydraulik weg. Und, ja, wir haben hier nichts mehr, was stören könnte bei der Kurvenfahrt. Das ist einwandfrei. Die Zapfwelle läuft, die müsste sich drehen. Und, ähm, die müsste sich auch ein bisschen, ja, müsste auch ein bisschen vibrieren. Das ist alles eingestellt. Das gehört alles zum Mod. Also der Mod ist sehr umfangreich. Ich weiß, irgendwie hier auch nicht alle Einzelheiten, ähm, euch mitteilen kann, weil ich sie selber nicht kenne. Aber nur so viel dazu. Im Prinzip habt ihr die Möglichkeit, Front- und Heckhydraulik zu senken und zu drehen. Das manuell, per Tastendruck. Und, äh, was halt noch schöner ist, ihr könnt diese komplett entfernen, wenn ihr einen Anhänger mit Zapfwelle angehängt habt. Also auch einen Mischstreuer oder einen Güllefass oder sonstige Geräte. Das funktioniert alles. Allerdings muss das Gerät per Kugelkupplung angekuppelt sein. Und jetzt seht ihr das, Freunde, die Zapfwelle dreht sich auch. Also wie geil ist das denn? Die dreht sich, die müsste ein bisschen vibrieren. Wenn man abschaltet, wird sie langsamer und dreht aus. Also das ist mal, also das ist wirklich Bombe gemacht, ja. Das ist super. Wenn die Zapfwelle sich dreht. Wo gab's das denn? Also das ist ein, ein traumhafter Mod, der von mir mit 5 Sternen belohnt wird. Vielen Dank hierzu an diesen anderen Modder. Und, ähm, ja, ich würde euch den Mod auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr da ein bisschen Realismus reinbringen wollt, ist dieser Mod genau richtig dafür. Und ja, das war's hier von der Mod-Verstellung diesen Sonntag, Freunde. Macht's gut, schönes Wochenende noch. Wir sehen uns am Montag mit neuen Folgen von der Bindelbach. Ciao, bis dann.